Operationsraum Ach ja, stimmt Wir sind ja Stimmt ja Das ist gegenüber, ne? Ich hoffe es ist richtig Ja, ich dachte jetzt, weil er so komisch da steht Dachte ich jetzt, dass es mein Bug, aber wir sind ja Ja Zurückgekehrt Er hat doch gesagt gegenüber, ne? Ja, der Arm war es gewesen Stimmt's, Leppert? Nein, das war falsch Oder? Oder müssen wir hier rein? Das ist doch nie im Leben richtig Hat der eigentlich, er hat doch gesagt gegenüber, oder? Aber hier ist doch kein Operationsraum Ach ja, stimmt Ach ja, stimmt Da war ja so ein Tisch, ne? Beim Operationsraum Ja Gegenüber seiner Leiche Ach ja Ich hab verstanden Gegenüber unserer Leiche Na Na Aber hier ist es ja Ich hab mich gehofft, ne? 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 Und ich hab mich gehofft, ne? Ja, dann gehen wir vielleicht hier den Weg. Wenn da drüben gerade jemand herläuft. Hier ist keine Leiter. Gut. Da unten ist der Fahrstuhl. Ich kann auch den Fahrstuhl hier oben, glaube ich, nehmen. Das ist aber derselbe. Blink. So, B1 möchte ich gerne einmal. Wo unser toter Freund liegt. Aber müssen wir uns jetzt selbst operieren? Ding dong. Vielleicht sollte ich vorher nochmal speichern. Einfach nur fürs Gewissen. Dass ich weiß, dass ich es getan habe. Ja, ich habe es getan. So. Lauf. Das müsste ja hier sein. Hm. Jetzt lege ich mich auf den Tisch. Lege ich die ganzen Sachen da hin und sage, mach fertig. Meine Hand. Meine schöne Hand. Äh, was ist mit der Hand? Hallo? Da fehlt was. Da. Mhm. He had something in mind. A great purpose. Now I suspect that you're not more in Helheim. So I need you to find another room. Helheim, stop ordering me around. If you know so much about me, then just tell me. I need to know. When Loki... When Loki cut my body in half in his indulgence of my torture, he spoke of his daughter. Her name was Hel, and she died long ago. The things he said makes me think that the artifact tissue used for your creation was from Hel herself. Loki wanted his daughter back. Yes, so he made you. Right now, nothing in Midgard has the power to stand up against Loki. So our best chance is turning at your roots and search from there. Since the Absalom is out of control, and the roots of Yggdrasil are spreading. There should be one leading to Helheim. Have you seen any route that could lead us there? I did see one. In the West Wing. A freight elevator. It can take us to a place with a route I used to get out of Helheim. And now, we're going to the world of the day. This is crazy. Erkunde deine Vergangenheit in Helheim. Also wurden wir erschaffen. Deswegen am Anfang dieser Operationstisch und tralala. So, äh, wir müssen nach, äh, 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 zum Westflügel, ne? Ja, ich beeile mich schon. Diese Westflügel, ja. West Wing. West Wing, West Wing, West Wing, West Wing. So, drücken wir das Knöpfchen. Äh. Diesmal sind wir aber richtig. Wir haben doch keine Zeit. Wer hat das eigentlich nochmal gesagt? War das Stefan Rath damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder kam das von woanders her? Nicht, dass immer sie, denke ich mal an, äh, Phantasialand. Space-Vildraum-Achterbahn. Es ist sehr verrückt. Meine Säte sind... Sie sind zwischendig. Ich habe das alles mit keinen Augen. Ich denke, es sei klar, mit keinem Haut. Ich habe schlechte Erinnerungen hier an diesen Bereich mit den Containern. Wieso müssen wir da unbedingt nochmal hin? Ach, hier ist doch... Ach, das sind Kräne, die Container sammeln. Kann ich da eigentlich lang? Ich frage für einen Freund. Geht das jetzt eigentlich mittlerweile? Nö. Schade. Ist Spider-Man noch hier? Ach, jetzt müssen wir wieder nach unten fahren, ne? Oh, nein. Deswegen liegen diese grünen Dinger hier, weil die nochmal kommen. Ich habe es gewusst. Das sind Hüter von Helheim? Oh, nein. Ich habe esス Imagineern. Für die ganze Fall ist glaube ich sehr schwer. Können die mal weg gehen? Natürlich. Komm, das sind noch 200 Meter. Alter, vier Stück. Ihr wollt mich doch veräppeln. Kommt der wieder hier hin? Der kommt wieder hier hin, natürlich. Noch 100 Meter. Seh mich bitte nicht. Seh mich bitte nicht. Da hinten läuft auch noch einer. Wie viele kommen denn da? Da. Ich laufe jetzt direkt los. Aber nur wohin ist die Frage. Ahahaha. Tschüss. Ich will speichern, aber die sind hinter mir. Oder auch nicht. Ich will sie einmal speichern. Dass sie den Kack nicht nochmal machen muss. Ich will hier nicht nochmal hin, Mann. Warum muss ich unbedingt hier langen? Ich will da nicht nochmal hin. Ich will da nicht nochmal hin. Ich will da nicht nochmal hin. Ja, hab ich schon gesehen. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, du kannst sie mit einem Schuss von einem Jungen-Leckern aktivieren. Ja. Das haben wir schon gedacht. Oh, da kann ich noch was speichern. Puh. Ich hab mir mein ganzes Leben noch nicht so viel gespeichert wie in diesem Spiel. Die Energie-Signatur in diesem Schrein ist ein sehr ähnliches Atrium. Ich glaube, du kannst den Jungen-Leckern mit dem. Was? Was? Ah, hier. Und nun? Achso, Brücke ist schon da. Alles klar. Okay. Hä? Wie ist der denn hierhin gekommen? Ich glaube, es gibt keinen Weg zurück mehr. Phantom-Elbe ist jetzt hier, oder was? Müssen wir auch mal wieder weiterspielen, ne? Diese Kindergeräusche, die machen es nicht angenehmer. Oh nein! Hau ab, Mann! Da habe ich jetzt gar kein Lust drauf, Alter. Können die mal weggehen. Da ist auch einer da oben. Tschüss. Oh nein! Ich speichere mal eben, ne? Äh, was ist das denn? Okay. Oh nein! It's exactly as in the books The Temple of the Goddess Hell What's the book say? Odin's heart filled with rage As his son drew his last breath To bring him back from darkness He paid his way with death The gate will remain locked Until the one demanding passage can prove themselves It's unlocked with sacrifices Sacrifices? What type of sacrifices? The keepers of Helheim Slaying nine into chosen hunting grounds Close to the temple